Cox! Lauf, Kleiner! Daddy kommt! Haben Sie tatsächlich geglaubt, ich kriege nicht mit, was Sie gemacht haben? Was habe ich gemacht? Sie arroganter! Ich bin arrogant! Es klingt melodramatisch, aber als ich die beiden so beobachtete, führten sie vor meinem geistigen Auge keine erbitterte Schlacht um Patienten und Versicherung. Sie kämpften um meine Seele. Diesmal habe ich sie mir anguckt, das kann ich geradezu riechen! Es ist eine uralte Geschichte. Gut gegen Böse, Recht gegen Unrecht. Die dunkle Seite gegen das Licht. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Ganz ruhig, Joey. Ich werde Ihnen Respekt vor dieser Klinik beibringen. Ich hoffe, du lernst was daraus. Nein! Sie sind beurlaubt. Und zwar mit sofortiger Wirkung.